Du stiftest zu einem ungünstigen Zeitpunkt Unruhe. Medea wird mit zum Verhängnis. Das habe ich freimütig dem Akamas gesagt. Der oberste Astronom. Welche Anstrengungen er macht, um stattlich zu wirken. So hat Medea es ausgerückt, als sie zum ersten Mal begegnet war. Von Anfang an hat sich ein unglückliches Verhältnis zwischen den beiden entwickelt. Jetzt ist er ihr Feind. Ich weiß nicht warum. Ich bin ein gerechter Mann. Als ich hier ankam, als Flüchtling in König Creons schimmernde Stadt Korinther, dachte ich neidvoll. Diese hier haben keine Geheimnisse. Sie hat herumgeschnüffelt. Doch scheint das Geheimnis, dem sie auf der Spur ist, von so entsetzlicher Art zu sein, dass man diese Beweise nicht öffentlich gegen sie verwenden durfte. Diese Stadt ist auf eine Untat gegründet. Wer dieses Geheimnis preisgibt, ist verloren. Deine Matias. Sie sind ein gesprell. Wie hier fertig sind. Ich bin ein Seslin. Sie haben eine 這ine Van Reikte. Man braucht es eine Bedeacutung. Von daher angefangen Sie zu treffen. Vielen Dank.